Hi, mein Name ist Edin Al Spachic. Ich bin Ali Talamisi. Mein Name ist Ismet Yashar. Mein Name ist Jerko Nowak. Ich bin Jan Abramow. Ich bin der Jerem Talamisi. Ich heiße Yusuf Piliwan. Mein Vater und meine Frau arbeiten hier zusammen mit mir. Schon ein Familienbetrieb geworden bei uns. Ich arbeite seit 20 Jahren bei der Firma Elsen Logistik, habe als Lagerist angefangen und jetzt bin ich als stellvertretender Standortleiter tätig. Ich bin seit vier Jahren in der Firma Elsen. Ich habe in diesem Bereich keine Ausbildung. Ich bin Quereinsteiger. Jetzt will ich die Karriere in Logistik machen. Elsen unterstützt mich voll dabei. Ich bin als Quereinsteiger bei der Firma Elsen eingestiegen. Ich bin mittlerweile Schichtführer auf meiner Schicht. Ich fühle mich wohl hier. Ich habe super Kollegen. Wir sind eine tolle Mannschaft. Was mir bei Elsen wirklich gut gefällt, ist, dass es ein wachsendes Unternehmen mit tollen Mitarbeitern ist, was einem wirklich gute Karrierchancen bietet. Komm zu Elsen und starte deine Karriere in der Logistik. Wir freuen uns auf dich.